Liebe Zuschauer, direkt aus der Hauptstadt aus Berlin sprechen wir mit der Hauptstadt-Korrespondentin und Journalistin Silke Schröder. Silke, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo lieber Peter, hallo liebe Zuschauer. Ja, Berlin, Berlin ist, ganz Berlin ist eine Wolke, arm aber sexy. Ja, ist da noch was dran? Ich meine, wir erleben ja eine Politik, die lässt ja jeden Tag die Grenzen offen zum Wahnsinn. Die Grenzen offen zum Wahnsinn und auch sonst die Grenzen offen. Also wir hatten ja jetzt letztes Wochenende hier in der Stadt Ausnahmezustand mit dem Christopher Street Day und da haben wir dann einen CDU-Bürgermeister erlebt, der sich mit Regenbogenflaggen Rubbeltattoo auf dem Arm hat ablichten lassen und zum Besten gegeben hat, dass der Artikel 3 des Grundgesetzes hin zur sexuellen Orientierung, sexuellen Identität geändert werden müsste. Das macht Tor und Tür noch weiter für alle Verrücktheiten offen. Aber dafür scheint alles in der Hauptstadt zu stehen und alle Parteien, die sich hier kummeln, mit Ausnahme von einer. Jawohl, und da bin ich beim Thema. Jeder, der irgendwo das anspricht, sagt mit Ausnahme der einen Partei und es gibt nur eine. Man hat manchmal, nicht bei dir, aber man hat manchmal bei Menschen, die man interviewt und die man trifft, die Sorge, dass die kriegen, wenn sie sagen AfD oder Alternative für Deutschland, dass es Mundfäule gibt. Und die AfD ist nun im Berliner Senat vertreten mit Frau Dr. Kerstin Brinkmann. Brinker, Entschuldigung, Brinker, sie ist Architektin, ausgezeichnete Architektin, früher anerkannt, heute sagt man, wir müssen sie meiden, sie ist ja bei der AfD. Teilst du dieses Bild? Nein, natürlich in keinster Weise. Also ich glaube auch, dass jeder, der sich mit eigenen Augen und Ohren täglich einen Eindruck vom Zustand dieses Landes verschafft, sieht, dass unabhängig davon, was man in Gänze von der AfD hält, die AfD zum jetzigen Zeitpunkt eine Art Form bürgerlicher Notwehr ist. Also wer nicht mit Massenmigration, Genderwahnsinn und einer Klimapolitik, die diese Wirtschaft zerstört, einhergeht, der kommt gar nicht drum herum, als die AfD zu unterstützen. Nun muss man den Begriff Notwehr, und ich weiß, dass die Zuschauer das fragen werden, nochmal definieren. Notwehr bedeutet nicht, dass es hier in dieser Form eine Partei ist, die jetzt überhaupt nicht demokratisch ist und deren Ansätze nicht den Menschen gut tun, sondern in vielen Bereichen, Silke, kann man ja sagen, das ist das ehemalige Programm der CDU. Und die AfD würde es nicht geben, wenn die CDU ihre Parteipolitik weiterverfolgt hätte. Genau, ich glaube auch, deswegen reibt sich die CDU und reiben sich alle anderen Parteien natürlich auch so an der AfD auf, weil die AfD die Verkörperung dessen ist, was früher unsere bürgerliche Mitte war, nämlich eine Politik, die vertreten wird, die mit Augenmaß und Vernunft auf die realpolitischen Herausforderungen unseres Landes eingeht. Und da das die anderen Parteien nicht mehr tun, sie haben sich unisono der Ideologie verschrieben und haben jetzt eben Klimawandel und globale Gerechtigkeit auf dem Schirm, arbeiten sie sich an der einzigen Partei ab, die das Spiel der Ideologieversessenheit nicht mitspielen will. Und das ist die AfD. Wenn wir jetzt den Berliner Regierenden Bürgermeister Kai Wegner hören, er sprach sogar von Enteignung. Das ist entsprechend publiziert worden, Immobilienenteignung, die übrigens durch Thilo Sarrazin in den 90er Jahren verkauft worden sind und jetzt teuer zurückgekauft werden sollen. Wir haben einen CDU-Vorsitzenden, Friedrich Merz, der im Sommerinterview, Sommertheater sich hinsetzt und sagt, auf kommunaler Ebene sind die demokratischen Prozesse der Zusammenarbeit, sei es durch einen Bürgermeister oder einen Landrat in Sonneberg, völlig normal mit der AfD. Und einen Tag später sagt dieser selbe Mann, das habe ich überhaupt nie so gemeint, ich habe immer schon eine Brandmauer. Der Zuschauer, der Zuhörer, der noch nicht mal politisch in die Tiefe geht, der muss da sagen, irgendwas stimmt doch mit denen nicht. Ich glaube, das, was man bei dieser einen unachtsamen Äußerung von Friedrich Merz rausgehört hat, war sozusagen ein kurzer, klarer Moment der Vernunft. Denn völlig klar ist ja das, was in Deutschland mit der NPD, mit dem Verbotsverfahren nicht geglückt ist, das wird auch mit der AfD nicht glücken. Es sei denn, man bricht jetzt alle rechtsstaatlichen Maßstäbe. Und ansonsten hat, glaube ich, auch die CDU nach internen Auswertungen erkannt, dass sie an der AfD auf Dauer nicht herumkommen. Friedrich Merz ist natürlich dann sofort wieder zurückgefiffen worden. Es gab natürlich auch entsprechende begleitende Kommentierungen, die da sagten, ja, wir können die Wähler nur zurückgewinnen, wenn wir noch mehr auf Klimaschutz, noch mehr auf CO2-Reduzierung und so weiter, also diese ganzen linken Themen eingehen, was natürlich völlig an der Realität vorbei ist. Aber an Friedrich Merz sehen wir eigentlich eine tragische Gestalt, der sich ja zunächst auch der linken Agenda voll verschrieben hat, jetzt mit dem Erstarken der AfD selbst sieht, dass das nicht zum Erfolg führen kann. Und auf der anderen Seite jetzt eine Partei hinter sich hat, die den von Angela Merkel ursprünglich eingeschlagenen CDU-grünen Kurs glaubt, als alternativlos einstufen zu müssen. Also insofern, er ist eine tragische Figur, wie man sagen muss, die CDU als Partei insgesamt es auch ist. Wir sehen im Augenblick, Wahlumfragen sind keine Wahlergebnisse. Aber wir sehen die CDU bei 26 Prozent. Eigentlich hat sie nur 20 oder 21 Prozent, wenn man die Schwesterpartei CSU abzieht. Siehst du die CDU noch weiter im Fallen? Denn sie könnte ja eigentlich aus der schwachen Arbeit der Ampel, könnte sie ja eigentlich partizipieren. Das tut sie aber in keinster Weise. Siehst du die CDU, wenn sie diesen Kurs weiterverfolgt, dass die Menschen sagen, naja, dann wähle ich sowieso die schwachen Grünen oder die SPD, weil die CDU gibt mir keine Alternative? Ja, also ich denke schon, ich sage mal gerade das Mutterthema aller Probleme, nämlich die unkontrollierte Massenmigration, die ja wirklich uns bis zum Ende des Jahres, das sagt selbst ein CDU-Experte, bis zu 400.000 neue Menschen, das ist ungefähr die Größe einer Stadt wie Bochum in Deutschland verspricht, das führt natürlich dazu, in Kombination mit einer CDU, die als Oppositionspartei überhaupt nicht zu erkennen ist, die vollkommen profillos, orientierungslos ist, dass die Leute immer mehr konkrete Ängste haben. Angst um ihre Sicherheit, Angst um ihr Eigentum. Du erwähntest es eben, die Enteignungsdebatte in Berlin, die sogar vom CDU-Bürgermeister Wegner positiv jetzt begleitet wird, das sind alles Faktoren, die sind Gift für das bürgerliche Klientel, was ich vielleicht bislang noch vorstellen kann oder konnte, die CDU zu wählen. Und das wird natürlich auch Konsequenzen nach sich ziehen, das ist ja ganz logisch. Du sprichst von der Migration, wir haben bis zum 30.06. haben wir 176.000, meines Wissens nach, Asylanträge. Es wird immer seitens unserer Innenministerin, nicht unserer, sondern Frau Faeser, meine wäre es nicht, von Frau Nancy Faeser wird immer gesagt, ja, die Außengrenzen sichern und wer nicht die entsprechenden Kontingente aufnimmt, dann müssen wir Sanktionen in Form von Strafzahlung. Besteht überhaupt der politische Wille A zur Begrenzung der Migration und B zum Abschieben? Nein, das sehen wir ja auch und das merken wir ja auch an den Rückmeldungen aus den Kommunen. Frau Faeser, genauso wie auch übrigens Bundeskanzler Olaf Scholz, haben die Ohren komplett auf Durchzug geschaltet und sämtliche Migrationskrisengipfel der letzten Monate sind unbeantwortet und ohne Konsequenzen geblieben. Und man hat sich jetzt vertagt, ich glaube auf Oktober oder November. Und in der Zwischenzeit wird das Land weiter geflutet. Das ist ja jetzt keine Verschwörungstheorie mehr, das ist ja bittere Realität. 2015, das wovon selbst die Migrationskanzlerin Merkel gesagt hat, dass sich das nicht wiederholen darf. Das hat sich verstetigt. Wir leben in einem dauerhaften Kontrollverlust, in einem dauerhaften Ausnahmezustand mit Menschen, die in unser Land reinströmen, von denen wir nicht wissen, was sie hier eigentlich wollen, was wir mit ihnen anfangen sollen. Vom Gedanken der Integration sind wir längst abgerückt. Wir können den Menschen noch nicht mal mehr Wohnraum bieten. Wir können nicht Schulen, nicht Kita-Plätze, nicht gar nichts eigentlich mehr an Infrastruktur bieten. Sprachkurse und dergleichen auch nicht. Also es ist einfach eine unkontrollierte Flutung, die hier stattfindet. Und da ist doch vollkommen klar, wenn sämtliche Krisengipfel von der Person, die da maßgeblich für verantwortlich ist, nämlich der Innenministerin, unbeantwortet bleiben, dass da Vorsatz hintersteckt. Also das ist doch überhaupt nicht mehr in Frage zu stellen. Frau Faeser, die sich in ihrer, ich weiß nicht, ob das Dienst- oder Freizeit ist, ja auf Christopher-Street-Day-Demos rumtummelt, der scheint das Thema entweder nicht so wichtig oder vielleicht sogar gerade recht zu sein. Das wissen wir nicht, welches von beiden es ist. Aber Fakt ist, so wie die Entwicklung voranschreitet, so wenig beziehungsweise gar nichts, was man dagegen tut, kann man nur mutmaßen, dass diese Bundesregierung einverstanden ist mit den Entwicklungen, die ausschließlich zu Lasten der Bevölkerung gehen. Nun hatten wir unlängst zwei Damen im Podcast aus Nordrhein-Westfalen, die deutlich gesagt haben, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen. Geht es dir, ich spreche jetzt nicht davon, wenn du am Kurfassendamm entlang gehst, am Townziehen, geht es dir, wenn du in Berlin unterwegs bist, hast du Sorge, in einigen Gegenden unterwegs zu sein? Seien wir, wenn du abends durch den Tiergarten, durch den Park gehst, zum einen, und würdest du... Ja, das würde ich jetzt sowieso nicht mehr machen. Okay, aber das... Also, nein, es ist natürlich so, Peter, die Sorglosigkeit, also ich sag mal, ich bin in den 80ern aufgewachsen, ja, da konnte man irgendwie sich überall frei bewegen, ich würde sagen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Diese Sorglosigkeit, mit der wir unsere selbstverständlich, für selbstverständlich genommene Sicherheit haben genießen dürfen, die ist halt weg, ja, und das trifft insbesondere Menschen sehr, sehr hart. Wir haben hier in der Nähe, wo ich wohne, ein Krankenhaus, das ist so ein bisschen im Grünen gelegen, da habe ich jetzt schon gehört, dass die Krankenschwestern dort sich weigern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Nachtschicht zu fahren, weil die einfach sagen, das ist mir zu unsicher, das mache ich nicht. Und jetzt gerade gab es ja in Berlin auch wieder die Meldung von einer Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park, vor einiger Zeit im gutbürgerlichen Zehlendorf am Schlachtensee, auch Gruppenvergewaltigung. Angaben zu den Tätern werden selbstverständlich nicht gemacht, aber wir wissen natürlich ganz genau, um was für eine Klientel es sich handelt. Man kann ja mittlerweile sehr gut zwischen den Zeilen lesen, auch wenn nichts gesagt wird, genauso wie mit der Gruppenvergewaltigung, die jüngst auf Mallorca von fünf Deutschen verübt wurde. Also es gibt so viele Nachrichten, die derart beunberuhigend sind und selbst außerhalb von Berlin, es war doch jetzt gerade in Niedersachsen dieser Syrer, der festgenommen wurde, aufgrund von geheimdienstlichen Informationen, die den Verdacht erhärten, dass er einen Terroranschlag geplant hat. Also alle Menschen in diesem Land sehen doch anhand von kleineren und größeren Beispielen, dass viele Menschen in dieses Land reinkommen, die eine kriminelle Vergangenheit haben, eine kriminelle Orientierung haben oder die sonst irgendwelche Probleme haben, aufgrund derer sie sich hier nicht rücksichtsvoll und respektvoll gegenüber dem Aufnahme, gegenüber dem Gastgeberland verhalten. Und das ist ein Riesenproblem und das führt zur Erosion unserer aller Sicherheit. Und da muss man eben sagen, die Leute, die dann denken, ach na ja, ich sitze in meinem Familienhaus, mein Zaun ist hoch. Niemand ist davor gefeit. Niemand. Und das muss, glaube ich, allen klar sein. Man kann sich davor nicht verstecken. Deswegen ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem, was uns alle betrifft. Nun hat Frau Feser in einer Pressekonferenz alle Themen angesprochen. Der Kampf gegen Rechts muss forciert werden. Wie die Zahlen zustande kommen, wollen wir jetzt nicht näher erläutern, was dort gemacht wurde. Aber wir haben vom BKA, wir hatten im Jahr 2022 über 800 Gruppenvergewaltigungen. Das sind am Tag mehr als zwei Gruppenvergewaltigungen. Bekanntermaßen sind 50 Prozent derer, die die Gruppenvergewaltigung durchführen, Menschen mit ohne deutschen Pass, die einen deutschen Pass haben. Und mit Migrationshintergrund davon wird nicht gesprochen. Aber ist das nicht ein Aspekt, der viel mehr in den Fokus geraten muss, dass man sagt, Moment, Silke, ich bin in Berlin aufgewachsen. Wenn es in Berlin eine Gruppenvergewaltigung in den 70er Jahren gegeben hätte, die BZ wäre, das wäre eine Schlagzeile gewesen, auf der BZ, auf der Berliner Zeitung, ganz vorne groß, die Innenseiten wären voll gewesen. Heute sind es Randnotizen, wenn sie überhaupt erscheinen. Zeigt es eine Abgestumpftheit der Medien und dass die Bevölkerung eigentlich viel zu laps damit umgeht? Ja, nicht umsonst hat man ja auch in Berlin beschlossen, den Migrationshintergrund aus der Polizeistatistik zu entfernen, um das Problem von Zuwanderer oder migrationsrelevanten Taten zu vergesellschaftlichen. Da sagt man eben, naja, das waren alles Deutsche, die hier Messerangriffe verübt haben. Und dabei wissen wir natürlich, dass es eine kulturelle Affinität zu bestimmten Sorten von Verbrechen gibt, genau wie das bei Gruppenvergewaltigung ja auch der Fall ist. Das machen Deutsche in dem Sinne einfach nicht. Das hat hier keine Tradition, so muss man es ja sagen. Und insofern ist das sowohl eine Art von Verschleierungstaktik, ganz bewusster Art. Die Politik hofft vielleicht darauf, dass sich das über die Zeit schon irgendwie geben wird. Und wenn man dann eben den Migrationshintergrund unerwähnt lässt, dann wird sich das irgendwie in der Gesellschaft schon verdauen. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Also das haben wir jetzt, um nochmal auf diesen Fall von Mallorca zurückzukommen, Das hat man ja gerade da gesehen, die ganzen Diskussionen, wo sofort gesagt wurde, ja Moment mal in den ganzen Foren und auch unter den Artikeln in den jeweiligen Medien, wie bei Welt Online, wo das bis zuletzt gar nicht benannt wurde. Das sind doch keine Deutschen. Also auch wenn sie natürlich einen deutschen Pass haben, unterscheidet die Bevölkerung immer stärker, je mehr man versucht, sie in ihrer Einschätzung zu lenken. Also je mehr die Politik versucht, uns eigentlich einzureden, jeder, der einen deutschen Pass hat, ist Deutscher. Jeder, der eigentlich auch hier lebt, der seinen Fuß auf deutschem Grund und Boden hat, ist quasi hier schon ein Mitglied der Gesellschaft. Desto mehr grenzt sich die autochtone Ursprungsbevölkerung ab und hinterfragt ganz klar, was die Hintergründe bei Kriminalitätsauswüchsen sind. Also eigentlich erfolgt das Gegenteil von dem, was die Politik sich wahrscheinlich wünscht, aber naturgegebenermaßen so. Wir lassen uns nicht hinter die Fichte führen. Tja, da fällt mir spontan ein, Bundespressekonferenz. Es ging um die Lieferung von Streubomben an die Ukraine, geächtete Munition. Die Russen, die Chinesen und die Amerikaner sind dem nicht beigetreten, aber jetzt wird jetzt geliefert, die Streumunition, die Streubomben. Da hat ein Journalist gefragt, einen hochrangigen Mann aus dem Verteidigungsministerium, er saß in Uniform da, das ist nicht irgendwie bemängelt worden wie bei Claudia Peststein, weil es der einfällt, sie in Uniform hinzustellen. Sie ist bei der Bundespolizei und trägt eine Uniform, sowas macht man nicht. Wenn man bei der CDU auftritt, da trägt man, ich weiß nicht was. Aber jedenfalls ist ja gefragt worden von einem Journalisten, sagen Sie, die Streumunition wird die mit deutschen Waffen verschossen. Da sagte die Antwort war wirklich, die Munition wird nicht mit deutschen Waffen verschossen, das sind ukrainische Waffen. Dann hakte der Journalist nackt und sagt, wir haben aber Panzer geliefert, deren Leopard, das sind ja deutsche Panzer. Nein, sagt er, das sind keine deutschen Panzer, das sind Panzer, die die Ukraine bekommen hat und das sind ukrainische Panzer. Das kommt mir ungefähr so vor und das ist harter Sarkasmus, ganz härterster Sarkasmus, dass ich sage, eigentlich war der Verbrecher und der Massenmörder Adolf Hitler, war ja ein Österreicher, das war ja gar kein Deutscher. Also mit dieser Logik, wenn ich da irgendwo vorgehe, da müsste der Dümmste begreifen, da sagen, hier wirst du doch nur noch hinters Licht geführt. Wenn du sowas hörst, Silke, du bist jetzt viel unterwegs, aber dann glaubst du, du fällst da vom Glauben ab. Ja, das glaubt man mittlerweile wirklich jeden Tag, wenn man die Politik verfolgt. Und gerade in Positionierung zu den Geschehnissen im Ukraine-Krieg ist ja nun das eklatante Abweichen von allen vorherigen, früheren Positionen, ich sage mal, gerade bei den Grünen so augenscheinlich, an diesem Beispiel macht sich ja auch das Versagen unserer Medien so massiv manifest fest, dass da überhaupt nicht nachgehakt wird, überhaupt nicht darauf eingegangen wird, dass Streumunition, schwere Waffen und so weiter, das waren ja früher alles rote Fahnen, das ging mit den Grünen alles gar nicht. Heute führen sie quasi Deutschland in die Kriegsbeteiligung, ohne mit der Wimper zu zucken. Und es wird nicht hinterfragt. Und da muss man sich doch schon fragen, in was für einer Gesellschaft leben wir, wo die Medien als Korrektiv so ausfallen und wir eine Bundesregierung haben, die ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf den Schaden, den sie für die Bevölkerung anrichtet, eine Politik der verbrannten Erde praktiziert. Das muss man doch so sagen. Wenn wir jetzt von den Grünen sprechen, dann kommen wir nicht umher, über den grünen Wirtschaftsminister und Klimaminister Robert Habeck zu sprechen. Wir sprechen jetzt über die EWF-Zahlen, die du gleich näher erläutern wirst. Da bitte ich dich drum. Wir erleben, dass Russland das sechsfache Wachstum hat wie Deutschland. Deutschland bildet innerhalb der G7 in der Betrachtung der bedeutendsten Wirtschaftsstaatländer den letzten Platz mit minus 0,3 Prozent. In der G7-Zone sind es insgesamt Wachstum 3 Prozent, Russland 1,5 Prozent. Also die Sanktionen wirken gegen uns. Robert Habeck war in den Tagesthemen und ist darauf angesprochen worden. Er sagt ja, er weiß, er weiß, also er ist derjenige, der das Schiff steuert, dass er den Bürgern sehr viel abverlangen wird und sehr viel Opfer gebracht werden müssen bis 2030. Hat er wörtlich gesagt. Also kann jeder Tagesthemen, Robert Habeck, Transformation bis 2030, sehr viel Opfer und Härten werden wir erleben. Aber danach ist er der Annahme, dass die Transformation vollzogen ist und da geht es uns besser. Wie gehst du mit so einem? Da geht es allen gleich arm. Dann sind alle gleich arm. Das ist wahrscheinlich die Annahme von Herrn Habeck. Und in dem Tempo, in dem er die Dinge vorantreibt, wird das ja wahrscheinlich auch so sein. Also zu den angesprochenen IWF-Zahlen. Ja, Deutschland bildet das Schlusslicht. Und das Interessante finde ich eigentlich als Vergleichswert den Durchschnittswert der Eurozone. Und der liegt immerhin bei plus 0,09. Also dass wir eigentlich ja als stärkste Wirtschaftskraft in Europa nun mittlerweile das Schlusslicht in Europa bilden, was ja auch maßgeblich damit zu tun hat, dass wir unsere eigene bezahlbare Energieversorgung so abgewürgt haben, dass Mittelstand und Industrie eigentlich nur noch schreiend das Weite suchen beziehungsweise sich einfach in anderen Ländern ihre Standorte aufbauen. Das muss doch jedem klar denkenden Menschen zu denken geben. Also es gibt keinen Sozialstaat. Es gibt keine Wohlfahrt. Es gibt auch nichts zu verteilen, was vorher nicht erwirtschaftet wird. Und Herr Habeck ist gerade dabei, die Grundlage für das Erwirtschaften so zu pulverisieren, auch mit einer Nachhaltigkeit, dass wir davon wahrscheinlich eine Generation bräuchten, um uns wieder davon zu erholen. Und dazu kommt noch das ganze Thema Eigentum. Also ich bin ja selber Immobilienunternehmerin und habe mir jetzt Anfang der Woche mal den Spaß gemacht, durchzurechnen, wie das nach dem aktuellen Grundsteuer-Messwert wäre mit meiner von mir zu zahlenden Grundsteuer ab 2025. Die würde sich verdoppeln. So, wir haben ganz, ganz viele Angriffe auf das Privateigentum, was sich gerade bei Immobilieneigentümern negativ zu Buche schlägt. Und das in Verbindung mit einer immer desaströser sich entwickelnden Wirtschaftslage, was unweigerlich ja in großen Zahlen von Arbeitslosen endet. Lieber Peter, sag mir, wie daraus ein Schuh werden soll. Also das entfesselte Wirtschaftswunder, von dem Olaf Scholz und Robert Habeck fabuliert haben die letzten Monate, das findet vielleicht in deren Köpfen statt, aber in der Realität nur unter umgekehrten Vorzeichen. Nun gut, nun muss man sagen, wenn einer im Bereich Warburg Bank Cum Ex kein Erinnerungsvermögen mehr hat und der andere nicht unbedingt Deutschland als sein Lieblingsland betrachtet, was soll da rauskommen? Frage. Du sprachst von das Thema Sozialleistung, das Thema, was wir schultern müssen. 50 Prozent des Haushalts sind Sozialleistung. Wir haben ein hohes Maß an Kinderarmut in Deutschland. Ist es der richtige Weg zu sagen, wir schütten Geld aus oder muss es zielgerichtet vollzogen werden? Also das ist genau der falsche Weg, wie auch die Einführung des Bürgergelds, vielleicht können wir da auch noch kurz drüber sprechen, genau der falsche Weg ist, um Menschen abzusichern. Ich muss letztlich den Arbeitsmarkt zugängiger machen und ich muss den Menschen mehr von dem lassen, was sie verdienen. Ich habe gestern noch mit einem Eigentümer einer Autowerkstatt gesprochen, der sagte, ich habe nur noch drei Automechaniker von ursprünglich zehn. Ich habe gesagt, wo sind die denn alle? Und er sagte, na ja, klar, die sind jetzt ins Bürgergeld gegangen und machen nebenher Schwarzarbeit. Das lohnt sich allemal mehr, als weiter im Angestellten-Dasein zu fristen. Und das gleiche Thema ist mit der Kindergrundsicherung. Machen wir es doch einfach so wie in Frankreich oder noch besser wie in Ungarn, wo ab einer bestimmten Kinderzahl oder Alter der Mütter den Eltern die Einkommenssteuer erlassen wird, sie drastisch reduziert wird. Eltern von Kindern bekommen vergünstigte Kredite für den Immobilienerwerb und Bau. Also es gibt ganz, ganz viele Mechanismen, wodurch übrigens in Ungarn auch die Zahl der, also die Geburtenquote deutlich erhöht worden ist. Also es gibt ganz, ganz viele Mechanismen, die die Menschen entlasten könnten, mit denen man dann eine gute Familienpolitik aufgleisen könnte. Hier wird immer nur gemaßregelt. Also wir reden jetzt von, nicht wir, sondern die Politik redet ja davon, Abschaffung der Witwenrente, Abschaffung des Elterngelds für Besserverdiener, Abschaffung des Ehegattensplittings, was im Grunde genommen auch kein Privileg ist, sondern einfach nur eine Frage von Steuergerechtigkeit. Es wird, anstatt zu entlasten, belastet die Politik, die Erwerbstätigen und insbesondere diejenigen, die für unsere Zukunft sorgen, nämlich die Eltern, die Familien. Nun sind das alles Dinge, die in den Privatbereich hinein reflektieren. Gut, wenn jemand Gewerbetreibender ist, dann muss er trotzdem sein Geschäftsführergehalt oder seine Ausschüttung versteuern. Aber wenn wir jetzt die Staatsbeteiligung sehen, erleben wir eigentlich nicht immer mehr Planwirtschaft, das überall hineinregiert wird oder schikaniert wird, kann man fast sagen. Denn wir kennen ja, wir kommen ja, die Mitteldeutschland, die ehemalige DDR kommt ja aus der Planwirtschaft. Und wir erleben immer mehr Planwirtschaft, die uns zwar als Rettung verkauft wird, aber ist es nicht mehr immer mehr die Einflussnahme der Politik in die Unternehmen? Natürlich, es ist Unfreiheit, die dann als Rettung verkauft wird. Und das Gegenteil ist der Fall. Denn wo hat im Leben, egal ob im geschäftlichen oder privaten, Abhängigkeit schon mal zu einem erhöhten Maß an Freiheit geführt? Das Gegenteil ist der Fall. Also auch die ganze Diskussion von Robert Habeck hin zu der Industrie-Strompreis-Unterstützung und so weiter und so fort. Das ist ja gelenkte Wirtschaft. Und gelenkte Wirtschaft funktioniert einfach nicht. Eine florierende Wirtschaft braucht einen freien Markt. Wo kein freier Markt ist, gibt es auch keine florierende Wirtschaft. Einfache Rechnung, aber das haben natürlich die Sozialisten, die in ihrem Leben in der Regel im Kabinett sitzen, noch keinen Tag real gearbeitet haben, nicht verstanden, weil sie es einfach wahrscheinlich nicht kennen. Nun erleben wir die Lenkung. Wir erleben den Frachter Ameland. 25 Elektroautos brennen, kaum löchbar. Keiner hat sich Gedanken gemacht. Wir haben schon oft darüber gesprochen in unseren Tiefgaragen. Wir haben deren jetzt eine gebaut mit 100 Plätzen. Die wollten Schnellladestationen haben. Wir haben denen mal klargemacht, was es bedeutet, wenn dort fünf Autos brennen. Dann kann ich die Gebäudlichkeit, die da oben drauf steht mit 120 Wohnungen, ob die noch eine Tragsicherheit hat, die vom Statiker bestätigt wird, möchte ich bezweifeln. Aber erleben wir in dem Bereich immer mehr Abhängigkeiten, zum Beispiel Brüssel, Abschaffung des Bargelds. Es ist ja eine einfache Steuerung. Wir haben das erlebt, wenn Kartenunternehmen nicht mehr auslesen können, dass dann gesagt wird, Moment, durch die ganzen soziologischen Daten, die wir dann im Netz hinterlassen, dass gesagt wird, also pass mal auf, Siege Schröder, deine Ansichten, die gehen nicht einher mit den Regierungsansichten. Du wolltest zwar jetzt nach München fliegen, weil da eine Tagung stattfindet, aber deine Checkkarte funktioniert nicht mehr. Ist das Utopie oder kann das Wirklichkeit werden? Naja, wir sehen ja, dass es in China schon gelebte Realität ist. Und da sich diese EU unter Uschi von der Leyen ja China doch in vielen Aspekten zum Vorbild zu nehmen scheint, ist auch das kein abwegiger Gedanke. Und wir müssen natürlich auch konstatieren, dass die vielen NGOs, die zunehmend Einfluss auf unsere Politik haben, auch von denen gesteuert werden, die Geldgeber aus dem Ausland sind, die vielfach auch Gewinner der Digitalisierungsentwicklung weltweit sind. Und die haben natürlich auch ein großes Interesse daran, ihre Produkte und ihren Einfluss zu platzieren. Und insofern ist das eine reale Gefahr. Ich sehe das auch. Und deswegen müssen wir uns gerade bei dem von dir angesprochenen Punkt der Bargeldabschaffung, da müssen alle Kräfte zusammenstehen. Das Bargeld muss bleiben. Wenn das Bargeld weg ist, ist unsere Freiheit ad acta gelegt. Dann gibt es keine Privatsphäre mehr, keine private Kaufentscheidung, keinerlei individuelle Konsum, kein individuelles Konsumverhalten mehr. Der Staat kann uns dann lückenlos überwachen und monitoren. Und das ist was, was wir unbedingt ablehnen müssen. Silke, deine Steuererklärung von der Firma und privat machst du über SMS, so wie Frau von der Leyen. Die hat ja Impfdosen bestellt. Ich glaube, 1,7 Milliarden waren es mit mehreren Milliarden Euro bei Pfizer. Und sie muss nicht veröffentlichen. Die Daten sind gelöscht. Das Gleiche hat sie schon mal bei der Bundeswehr gemacht. Da ging es über SMS. Das sind doch aber alles für den normalen Bürger, in Anführungszeichen, für Otto-Normalverbraucher sind es Straftatbestände. Genau. Also ich finde auch, wir sehen ja seit einigen Jahren schon eine Loslösung der Eliten, die uns regieren wollen oder das versuchen von der normalen Bevölkerung. Also es gibt sozusagen Regeln, die für uns gelten. Also insbesondere für die in Deutschland verbleibenden etwa 15 Millionen Menschen, die hier noch Steuern zahlen, also real zum Bruttosozialprodukt beitragen. Und dann gibt es Regeln für die anderen. Und dann gibt es ganz besondere Regeln für die Eliten. Und was mich immer so wundert, es gibt ja in Deutschland nach wie vor eine sehr starke Staatsgläubigkeit, sodass der Staat unser, wie so eine Art Vaterfigur uns schützt und nährt. Und ich sage mal wirklich, ich kann nur an jeden appellieren, sich ein paar interessante Geschichtsbücher jetzt vielleicht noch in den verbleibenden Wochen der Sommerferien zu Gemüte zu führen. Also in der ganzen Weltgeschichte waren Machthaber, egal ob es Könige oder Politiker waren, eigentlich immer die Bösen. Es sei denn, sie sind kontrolliert worden von einem Parlament effektiv oder die Bürger sind irgendwann auf die Barrikaden gegangen oder sie waren nur für einen sehr begrenzten Zeitraum eingesetzt, sodass das Potenzial zum Machtmissbrauch sich nicht so entfalten konnte. Aber diese Staatsgläubigkeit, die wir doch immer noch in weiten Teilen der Bevölkerung haben, von der müssen wir runterkommen. Letztlich weiß jeder Mensch, also ist jeder Mensch verantwortlich für sich und darf nicht glauben, dass der Staat das besser könnte als er selbst. Und dieses bedingungslose Vertrauen ist einfach fehl am Platz. Und das sehen wir bei den zahllosen Fehlentwicklungen, sowohl auf deutscher Parlaments-Ebene als auch auf EU-Ebene. Ich wollte Silke Schröder das Schlusswort geben, aber ein besseres Schlusswort, als das jetzt hier kundgetan wurde, kann es nicht geben. Silke, ich bedanke mich bei dir für das Interview, bei Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Einschalten. Bleiben Sie uns treu und schauen Sie mal wieder rein. Herzlichen Dank, sagt Peter Weber und das Team. Silke, danke. Danke dir und danke Ihnen.